Wer sich nicht mit Politik befasst, hat die politische Parteinahme, die er sich ersparen möchte, bereits vollzogen, er dient der herrschenden Partei. Aber die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Komischerweise. Die glaubt niemand. Die Frau ist ein Mensch, bevor man sie liebt, manchmal auch nachher, sobald man sie liebt, ist sie ein Wunder. Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophen nehmen. Das Bewusstsein unserer Sterblichkeit macht unser Dasein erst menschlich. Warum reisen wir? Auch dies, damit wir Menschen begegnen, die nicht meinen, dass sie uns kennen ein für alle Mal, damit wir noch einmal erfahren, was uns in diesem Leben möglich sei. Es ist ohnehin schon wenig genug. Die Würde des Menschen besteht in der Wahl. Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophen nehmen. Das Unvorstellbare entzieht sich unserem Gedächtnis. Und das ist gut so. Aber einmal, glaube ich, muss das Entsetzen uns erreichen. Sonst gibt es kein weiter. Verhältnis von Lebensalter und Unwissen. Welche mathematische Kurve ergibt das? Trotz Zuwachs an Wissen schnellt die Kurve mit dem Lebensalter. Das Unwissen wird unendlich. Die Delfine haben mindestens die Intelligenz der Menschen, doch keine Arme und Hände. Deswegen haben sie die Welt nie erobert, und deswegen zerstören sie die Welt nicht. Wir könnten Menschen sein. Einst waren wir schon Kinder. Fragwürdig wie alles, was wir treiben, ist auch die Selbstkritik. Ihre Wörter besteht darin, dass ich mich scheinbar über meine Mängel erhebe, indem ich sie ausspreche und ihnen dadurch das Entsetzliche nehme, das zu Veränderung zwingen würde. FeministInnen sind Frauen, die dem Mann nicht vorspielen, dass sie auf eine Entretzelung durch den Mann warten. Das klare Todesbewusstsein von früher an trägt zur Lebensfreude, zur Lebensintensität bei. Nur durch das Todesbewusstsein erfahren wir das Leben als Wunder. Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kommen Menschen. Wer sich nicht mit Politik befasst, hat die politische Parteinahme, die er sich sparen möchte, bereits vollzogen. Er dient der herrschenden Partei. Ob es Gott gibt, wenn es einmal kein menschliches Hirn mehr gibt, dass sich eine Schöpfung ohne Schöpfer nicht denken kann? Man sollte die Wahrheit dem anderen wie einen Möntel hinhalten, dass er hinanschlüpfen kann, nicht wie ein nasses Duch um den Kopf schlagen. Einst hatten wir Zeit. Ich weiß nicht, wer sie uns genommen hat. Ich weiß nicht, wessen Sklaven wir sind. Wir leben wie die Ameisen, drüben im Abendland. Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophen nehmen. Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Wer einmal über 60 ist, hat es gelernt, Fragen zu beantworten mit treffenden Antworten auf Fragen, die nicht gestellt sind. So entsteht der Eindruck geistiger Regsamkeit. Es sind die kleinen Rechthaber ein, die eine große Liebe zermürben. Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es von Gott. Die Schweizer Armee ist nicht die Ursache für einen Krieg. Sie erleichtern aber das Marschieren. Toleranz ist immer das Zeichen, dass sich eine Herrschaft als gesichert betrachtet. Die Schweizer Armee ist kriegerisch nicht geprüft worden, deshalb eignet sie sich zur Legende. Ein wunderbares ist um die Ehe. Sie ist möglich, sobald man nichts Unmögliches von ihr verlangt, sobald man über den Wahn hin auswächst. Man könne sich verstehen, müsse sich verstehen, sobald man aufhört, die Ehe anzusehen als Mittelwieder die Einsamkeit. So wie das All, wie Gottes unerschöpfliche Geräumigkeit, schrankenlos, alles Möglichen voll, alle Geheimnisse voll, unfassbar ist der Mensch, den man liebt, nur die Liebe erträgt ihn so. Mancher hält sich für einen Frauenkenner, weil er jeder Frau gegenüber jedes Mal denselben Fehler macht. Heimat ist der Mensch, dessen Wesen wir vernehmen und erreichen. Wie alle Männer der Tat, wenn sie einen heiklen Teil ihres Innenlebens nicht erledigen können, stürzte Rolf sich nicht in Grübelei über sich selbst, sondern in Arbeit, in nützliche und sachliche Arbeit. Man ist im Alter ungeheuer bedroht von der Langeweile, nicht, weil man nicht genug Menschen um sich hat, sondern, Langeweile vor sich selbst. Wir können das Arsenal der Waffen nicht aus der Welt schreiben, aber wir können das Arsenal der Phrasen, die man hüben und trüben zur Kriegsführung braucht, durcheinander bringen. Wenn das Theater eingeht, ist auch der Eros eingegangen. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen nicht mehr in der Lage sind, zu definieren, was Kultur ist. Katastrophen kennt allein der Mensch, sofern er sie überlebt. Die Natur kennt keine Katastrophen. Eine Krise kann durchaus ein produktiver Zustand sein, vorausgesetzt, man nimmt ihr den Beigeschmack der Katastrophe. Eine Frau auf Händen zu tragen, ist die gefährlichste Methode, mit einer Frau umzugehen. Der Unterschied zwischen einem Pferd und einem Autor, das Pferd versteht die Sprache der Pferdehändler nicht. Worte verbinden nur, wo unsere Wellenlängen längst übereinstimmen. Jedermann erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Der Schriftsteller scheut sich vor Gefühlen, die sich zur Veröffentlichung nicht eignen. Er wartet dann auf seine Ironie. Frau, ein Mensch, bevor man sie liebt, manchmal auch nachher, sobald man sie liebt, ist sie ein Wunder. Die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns nur. Die Kenner, wenn sie etwa eine Zeichnung sehen, gehen von Dürer oder Rembrandt oder von Picasso aus. Der Schaffende, gleich viel wo er selber wirkt, weiß um das Lied.